Hallo, 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 liebe Freunde! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, heute ein bisschen ohne Facecam, ganz entspannt, habe ich mich jetzt eingemurmelt in meinen Schlafanzug und spiele hier Zelda und genieße das einfach. Ich hatte mich gefragt, was ich mit diesem wunderschönen Ding machen kann und Ju hat mir einen tollen Tipp gegeben, den ich, glaube ich, tatsächlich nicht gerafft hätte. Und zwar, dass ich das synthetisieren kann. Achso, Eiferkrieger klingelt ja, mit was wurdest du denn synthetisiert? Moment, das müssen wir mal ganz kurz checken. Mit was wurdest du synthetisiert, sodass du nicht mehr synthetisiert werden kannst? Öh. Hä? Ah! Au! Verstehe! Nee, verstehe ich nicht. Also, äh, nee. Also, hundertprozentig verstehe ich das nicht. Aber, ähm, wird schon richtig sein, denke ich. Wird schon richtig sein. Ähm. Achso, doch! Ach, doch, jetzt verstehe ich... Ach, spannend! Okay. Hey, das heißt, die Gegner, jetzt verstehe ich's. Die Gegner, die machen quasi das Gleiche wie meiner einer. Die schnappen sich einen 0815-Random-Stock und denken sich dann so, geil, den synthetisiere ich. Ich glaub, das ist, äh, das, was mir das Spiel damit sagen will. Weil, wenn ich das jetzt... Weil, wenn ich das jetzt... Oh, hallo! Holy! Also, du siehst echt hässlich aus, aber ich glaub, du hast richtig Wumms dahinter, ne? 14! Einfacher Stock plus 10 Alpha-Mittelblock. Krass! Du kannst den Ausrüstung als Waffe verwenden. Ja, und wie ich dich als Waffe verwenden werde? Moin! So! Genau, also, ähm... Da wollte ich auch noch hin. Ähm, das Problem ist, dass... Ah, nee, warte mal, mein Wegelchen da... Das kommt gerade langsam zurück. Äh, das... Versuch ich mal ganz kurz, schneller ein bisschen zurückzuholen. So. Dann... Ach, nee, warte mal, du bist falsch rum, ne? Dann muss ich dich leider noch mal einmal drehen. Ja, und jetzt kann ich ihn noch mal raufstellen. Sehr schön. So! Dann mal los. Äh, wir fahren jetzt nach da, fahren dann von da nach da und gucken dann, dass wir jetzt mal langsam, aber sicher in die... Nein. Mm-mm. Stopp. Ja. Dass wir dann in die Eiswelt reinkommen. Weil, ähm, da muss ich nämlich, glaube ich, eigentlich hin jetzt, für den letzten Schrein. Oh Gott, nein. Äh, du musst mal da ganz kurz auf mich warten, während ich hier... Ah, nein. Ah, nein. Ich glaube, wir brauchen so ein Ding zum Einhängen. Kann das sein? Irr, die Tracks sind kaputt. Was ist das denn? Irr. Und jetzt? Kann ich da was synthetisieren? Kann ich das reparieren? Aber was ist denn? Was ist denn? Hat das schon mal jemand probiert? Ich meine, probieren geht über studieren. Mal gucken, ob das nicht klappt. Ich meine, wenn ich mega den Speed drauf hab, das müsste gehen, oder? Warte mal. Ich guck mal. Let's go. Oh. Okay. Also, äh, gut. Hm. Hm. Also, ähm, das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Und leider... Was? Achso, eure Glocke. Glockelt. Okay, alles gut. Das scheint jetzt leider nicht ganz so gut zu funktionieren, wie ich mir das erhofft hatte. Das wird aber bestimmt auf irgendeine Art und Weise funktionieren, oder? Okay, was macht Kati? Statt normalen Dinge zu tun, fängt sie jetzt an, Quatsch zu machen, indem sie jetzt versucht... Das geht bestimmt. Auf irgendeine Art und Weise wird das bestimmt funktionieren. Ich bin mir da super sicher, dass das Spiel quasi sich so denkt, so, ja klar, natürlich geht das. Du musst halt nur smart genug sein, um das herauszufinden. Sind wir smart genug? Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Aber hey. Wer dich wagt, der nicht gewinnt. Das Problem ist, ich muss da halt erstmal rüber. Ähm. So, du kommst bitte da hin. Dann kommst du bitte da hinten dran. Ich muss dich einmal kurz so... Ja. Nein, genau so wollte ich dich nicht haben. Dreh dich mal bitte noch ein bisschen. Ja, so ist perfekt, okay. Versuchen wir es einfach nochmal, ähm. Und denken da mal ein bisschen drüber nach, wie das ist. Ich meine, da ist so mitten... Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon eine gute Sache ist, wenn man dann zum Beispiel sagt, dass man... Aber warte... Nee, warte, warte... Oh Gott. Warum eigentlich nicht? Lass uns das doch... Wenn hier so ein Haken liegt... Wait a minute. Dann lass uns doch mal versuchen, eine schwebende Gondeldingsbums zu bauen. Indem ich das so in die Mitte packe. So. Das wäre doch voll smart. Ob das geht? Das müsste eigentlich gehen. Ich meine... Wir hängen uns hier auf der einen Seite an. Entfernen dann das. Packen das auf die andere Seite. Oh, Kati. Hast du da... Die ultimativ smarteste Lösung von Welt erschaffen. Kati, das sieht so aus, als wenn das die smarteste Lösung der Welt wäre. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es geht. Alter. Holy. Wie gut. Okay, hör auf. Ich will das nicht... Ich will das nicht... Deswegen... Ich... Ich... Stell es mal hier hin, weil ich will nicht, dass es zurück... Das ist so geil. Hallo, wie geil ist dieses Spiel, bitte? Ich meine, ich spiele das gerade mal ein paar Stunden und habe einfach... Ey, einfach diese Möglichkeiten. Mich würde es total interessieren, wie andere Leute das zum Beispiel auch gemacht haben. Also wie zum Beispiel jetzt... Also ob es auch andere möglich ist. Es gibt hundertprozentig andere Möglichkeiten, das zu machen. Wie geil. Wie geil. Mega, mega cool. Oh, ich liebe es. So, so eine Energiesphäre, die nehmen wir alle mit. Die können wir nämlich eintauschen beim Gacha-Automaten. Und die Äpfel nehme ich da hinten auch noch mit. Das ist ja geil, was ich da gebaut habe. Ach, ich wette, das hat jeder schon gebaut und alle denken sich nur so... Hm, Kati, das ist das Offensichtlichste. Und ich so... Ja, aber ich habe es gebaut. Ich kam darauf. Ich war nicht dumm. So, wir bekommen wahrscheinlich... Oh, eine Reisekochtopf. Dieses Sona-Bauteil ermöglicht es dir jederzeit und überall zu kochen. Davon haben wir ja schon ein paar. Ich hätte mich jetzt über eine stärkere Waffe... Obwohl, ich habe schon eine krass starke Waffe jetzt mittlerweile. Aber ich hätte mich ein bisschen mehr über eine starke Waffe gefreut. Die Frage, die ich mir jetzt hier stelle, ist natürlich... Soll ich jetzt hier einfach runter? Ich meine, mein wunderschönes Gebilde, was ich da hinten gebaut habe, das ist wunderschön. Ah ja, doch, wir sahen hier runter, glaube ich. Hallo, Fischis. Moin. Uralter Arovana. Also ich werde auf jeden Fall... Heute ist mir halt wirklich nicht nach Facecam. Es war ein langer Tag. Ich habe wirklich lange gearbeitet heute. Und ich konnte auch noch nicht duschen gehen jetzt oder so. Und deswegen habe ich mich dann einfach direkt in meinen Schlafanzug gekuschelt. und wollte quasi mit euch für euch Zelda aufnehmen und gemeinsam das mit euch machen. Aber ich denke, dass ich beim nächsten Mal auch wieder Facecam anmachen werde. Ich hoffe nur, es stört euch einfach nicht, weil... Ich finde das jetzt gerade mega cozy, einfach hier zu sitzen und so quasi auch einfach meinen Feierabend mit euch zu verbringen in diesem wunderschönen Spiel. Gott, ich bin so gespannt, ne? Ja, als ob. Zieh mir direkt ein halbes Herz ab. Man kann es auch ein bisschen übertreiben, gell? So, zieh mir direkt meinen Kälteschutz an. Und geh ganz kurz nochmal hier langlaufen. Auch wenn ich der Meinung bin, hier hinten gibt es nichts mehr. Aber der Versuch macht klug oder so, sagt man. Und der Versuch hat mich nicht klüger gemacht. Also ist dieses... Ist diese Redewendung eigentlich völliger Bullshit? Der Versuch hat mich nur noch dümmer aussehen lassen, weil eigentlich... Eigentlich, eigentlich, to be honest, sieht man es ja auf der Karte, dass es da nicht weitergeht. Aber ich glaube ja nicht an Karten. Ich glaube an das, was ich sehe. Und ich habe gesehen, dass das Bullshit war. Und ich habe es trotzdem gemacht. Schön. Good talk. Ne, 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 boy. Boy, 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 boy. Dankeschön. Ich wollte mich gerade schon wieder aufregen hier. Dass man aber auch wirklich alles mitnehmen kann. Ich habe das so verdrängt irgendwie stellenweise, habe ich das Gefühl. Also ich habe so viele Mechanismen des Spiels verdrängt, habe ich... Mega krasses Gefühl. Und wo geht es da? Was bist du denn da? Ah, du schon wieder. Hi. Uh. Ich weiß gar nicht, ob ich den töten muss. Der tut mir immer voll leid. Ich meine, ich glaube, den soll ich gar nicht töten. Das ist einfach nur so, so... Ja, hey, guck mal. Voll das magisch-mythische Wesen. Nähere dich ihm und werdet Freunde. Und ich so... Nein, stirb. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht okay. Äh... Oh, fass ich meine Waffe kaputt an. Nein, warte. Ähm, so. So. Ach so, nee, das ist gar nicht meine... Das ist aber schon so ein bisschen... Ich habe mich gerade gewundert. Das ist gar nicht meine zusammengesynthetisierte Waffe. Das ist eine andere zusammengesynthetisierte Waffe. Wie man sehen kann, ist nicht so effektiv. Deswegen nehme ich mal meinen Felsblockhammer. Und der ist nämlich way more effektiv. Okay. Dann, äh... Das hatte ich geplant, dass wir jetzt quasi hier wieder rauskommen. Und direkt nochmal das Ganze machen, weil... Hier liegt natürlich das Auge von der Fledermaus. Und das brauchen wir ja. Das ist ja unser... 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 One-Shot-Ding. So unser... Aim-Bot. Ich bin echt so gespannt, was mich... Erwarten wird. Ich habe ja... Ich habe ja so ein bisschen auch... Ähm... Über die Story jetzt, als ich aufgehört habe zu spielen. Weil... Wenn man spielt und kommentiert, dann sieht man auch mal gerne den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Oder... Beziehungsweise man konzentriert sich dann eher auf das, was man sieht und erlebt. Als das, was... Was sein könnte, sage ich mal ganz blöd. Und ich hatte so ein bisschen nachgedacht. Ähm... Als ich aufgehört hatte zu spielen. Ich so... Ja... Was ist das? Nee, darüber hatte ich nicht genau... Also ich habe nicht gedacht, was ist das? Oh, was ist das? Ähm... Sorry. Es ist echt so wie... Wie... Wie so ein Schmetterling. Oh. Ein Schmetterling. Cool. Ähm... So sorry. Ähm... Nee, genau. Und zwar hatte ich so ein bisschen auch über die aktuelle Story nachgedacht. Achso. Moment. Äh... Kommst du da auch wieder raus? Ja. Äh... 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 Da musst du ran, oder nicht? Hm. Sieht ein bisschen doof aus. Achso. Oh. Der muss andersrum. Sorry. Wartet. Ich muss erst mal denken. Bevor wir reden, muss ich denken, liebe Kinder. So. Und so. Ja, so ist richtig. Ja. Hat ein Weilchen gedauert. Und es gibt... Oh. Ein Krok. Hoho. Du hast mich gefunden. Ein Krok, Sam. Vielen Dank. Genau. Ich hatte so ein bisschen über die Story nachgedacht. Wow. Das ist jetzt schon mein siebter Ansatz, glaube ich, dass ich das mal erzähle. Und hatte halt mir so überlegt, so ja, was ist eigentlich passiert jetzt so in den paar Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe? Im Endeffekt war es ja, ja, dass quasi Zelda hat sich aufgelöst in Staub oder so. Mit Links sind wir wieder in irgendeiner unbekannten Höhle wach geworden und Rauru, der hat halt gesagt, dass wir quasi seinen Arm geerbt haben. Und dann hatte ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja jetzt häufiger auch Leuten begegnet bin, die auch gesagt haben, so ja, Prinzessin Zelda hat mir das hier für durchgegeben und so weiter. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, könnte es vielleicht sogar sein, dass wir, ähm, was ist denn das? Was soll denn das hier? Das ist ja eine schöne Pusseblume, aber was soll denn das? Kann ich ja gegenpusten. Und jetzt? Ah, auch ein Krok, okay. Ja, dachte ich mir, du hast mich gefunden. Genau. Und dann dachte ich mir so, okay, wie kann das eigentlich sein? Ich meine, sie hat sich so aufgelöst und war dann weg und so. Und jetzt aber irgendwie diese, ähm, diese Diener hier, diese, ähm, Konstrukte, die geben uns halt immer wieder auch das Pur-Pad und so von ihr. Ich hatte so überlegt, ob jetzt schon wieder so ein extremer, also ob wieder extrem viel Zeit irgendwie auch vergangen ist. Ob wir nicht eine Zeit reisen, das ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ob wieder halt sehr, sehr viel Zeit, ähm, nach dem Finden von diesem Dude da und, äh, ja, und im Endeffekt jetzt links erneut im Erwachen vergangen ist, weil, auch wenn ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, ähm, in Breath of the Wild, au, frech, mach mal, äh, in Breath of the Wild, weißes Schleimgelee, ekliger weißer Schleimfropfen, wenn man nicht hinsieht, fühlt er sich in der Hand angenehm kühl an. Ah, Plaster und verströmt eisige Kälte, das ist nice. Ähm, in Breath of the Wild sind ja auch viele, viele, ich glaube, tausend Jahre, in denen Link geschlummert hat oder so, vergangen, also auf jeden Fall super viel Zeit und ich habe mich gefragt, ob die das hier nochmal eingebaut haben oder habe ich mir das nur eingebildet, dass da viel Zeit vergangen ist? Nee, ich glaube schon. Die Krieger und Elite-Konstrukte haben den Garten der Zeit über die Jahrhunderte treu beschützt, wie ich sehe. Es tut mir äußerst leid, dass sie nun dir zur Gefahr geworden sind. Doch um unser Land vor Eindringlingen zu beschützen, benötigen wir Wächter wie diese. Okay. Ja, ist ja kein Problem, ich meine, pff, ich kämpfe so gerne gegen die Dinger. Alles gut. Nein, genau. Und jetzt habe ich mich einfach gefragt, ob jetzt, wie gesagt, seit dem Sturz von Zelda und meinem Erwachen mit Link auch schon wieder so viele Jahre vergangen sind und Zelda zum Beispiel einfach voll die alte Frau ist jetzt oder so oder keine Ahnung. Weil und, und, und die Sonau irgendwie wieder aufgebaut hat und das Hyrule schon gar nicht mehr das Hyrule ist, was wir eigentlich kannten und kennen. Ja, sowas habe ich mich dann einfach mal just for the fun gefragt, während ich nicht aufgenommen habe. Oh, Gegner, Sir. Wir könnten, wir könnten, wir könnten, wir könnten, warte mal, ich will das mal probieren. Wenn ich das jetzt dahin schieße, trifft er trotzdem diesen Gegner da? Geil. Das liebe ich ja. Also, er ist nicht down. Oh. Hi. Also, er ist nicht down, aber er hat ihn trotzdem getroffen. Das finde ich geil. Guck, ich kann einfach so machen und er trifft ihn trotzdem. Und mein Steinstäbchen ist kaputt. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Kann jederzeit ein neues machen. Hier liegt, glaube ich, immer genügend Steine auf dem Raum. So, ich glaube, ich hätte das cooler machen können. Aber wer braucht schon cool, wenn er effektiv kann. Dankeschön. Warte mal, ich synthetisiere, weil hier liegt ein Stein. Geheim. Äh, sorry. Nein, warte. Wie? Ach so, einmal habe ich meine Kraft. Ich muss mal dieses Amiibo-Ding gleich mal ausschalten. Ausdauerheuschrecke. Oh, wo kommt die her? Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit Monsterzutaten gekocht, ergibt sie eine Medizin, die die Ausdauer regeneriert. Oh, cool. So, hier ist leider nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. Ich habe nämlich nur noch vier Minuten Kältschutz, wobei, darüber muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Ah, schon wieder so ein Elite-Vieh. Okay. Wie fangen wir da dann am besten an? Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Pfeilen an. Und, oh, das ist aber fies jetzt da. Oh, nee, das ist cool. Oh ja, bekämpft euch. Ich glaube, dass da so ein dezenter Hinweis auch einfach ist. sein, so, was ich machen kann, sodass ich den halt einfach wirklich mittels, ähm, mittels... Oh, der feuert was auf mich ab, oder? Nee. Dass ich den quasi mittels Eis ganz gut einfrieren kann. Ja, geil. Mega guter Hinweis. Danke, kleines Flubbel. Okay. Oh, oh, jae. Oh, 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 ho, 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 ha, 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 ha. Einen Moment bitte. Einen ganz kurzen Moment. Warte. Ich brauche einen neuen Bogen. Das ist ja so geil. Das ist ja so cool. Ich liebe es, dass die Welt sich einfach auch gegenseitig bekriegt. Ich meine, das ist einfach so cool. Die denken sich halt einfach so, okay, egal. Jeder gegen jeden hier. Flammenkeule, geil. Nein, nein, oh Gott, natürlich nehmen wir die mit. Wait a minute. So, warte. Statt dem Ast hier nehmen wir auf jeden Fall die Flammenkeule mit. Da kam ich ja nicht nach oben. Ach nee, ah, 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 ah. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind hier über dem, wo wir vorhin waren. Also was heißt vorhin? Für mich fühlt es sich an wie vorhin, weil es halt gerade mal drei Parts her ist, vier Parts. Aber es ist faktisch schon mehrere Stunden her, dass wir da waren. Deswegen vor langer, langer Zeit, als ich noch unschuldig durch die Gegend rannte. Ist hier noch was? Nee, ich glaube nicht. Entdeckt. Bodenlose Höhle. Äh. Oh. It's you again. Ach man, der... Kann ich denn mit dem reden irgendwie? Nee. Man soll den, glaube ich, einfach umhauen. Der tut mir halt mega leid, aber ich glaube, man soll den umhauen. Vielleicht muss man dann danach diesen Hasen da einfangen oder was auch immer das ist. Das sieht hier aus wie diese Bomben, diese Donnerblumen, ne? Es sind Donnerblumen. Oh, cool. Eine Blume, die mit einer explosiven Substanz gefüllt ist, welche auf Erschütterung oder Feuer reagiert. Oh, Donnerblumen. Ey, Leute. Liebe. Liebe geht raus. Instant verliebt. Instant. So, äh, wait a minute. Ich muss... Äh, einmal kurz synthetisieren. Ach so, ja, weil... Ach ja, weil du... Weil du bist ja schon so halb synthetisiert. Aber du bist schwach. Du bist wirklich schwach. Deswegen nehme ich mal so einen Stock und synthetisier den. Ja. Ja. Ja, weil das geht nämlich viel besser. Okay. Boah, keine Ahnung. Wenn ich Zelda spiele, ist das wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass wirklich... Ah, ha, 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 ha. Das wirklich keine Zeit vergeht. Das finde ich so krass bei diesem Spiel. Ich spiele und habe nicht das Gefühl, boah, jetzt habe ich schon drei, vier Stunden oder so am Stück gespielt. Sondern es fühlt sich halt einfach so... So, so natürlich einfach an, wenn man das Spiel spielt. So einfach so... Oh ja, geil. Ich habe drei Stunden gespielt. Ich könnte noch fünf weitere spielen. Ist da oben irgendwas? Oder krabbe ich hier völlig umsonst schon wieder Spider-Man-mäßig hoch? Ja, wow, einen Pilz. Geil. Für den Pilz mache ich alles, Leute. Ich mache alles für den Pilz. Für den guten Himmelspilz mache ich einfach alles. Ich sehe eine Kiste. Die ich aber auch so gesehen hätte, wenn ich nicht hier hochgetraxelt wäre. Aber wie gesagt, für die guten Pilze, da machen wir doch ein bisschen was mit. Immerhin, wir sind jetzt schon einmal runtergefallen. Das heißt, wir sind schon einmal gestorben offiziell. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Ich frage mich, aber... Doch, ich glaube, es gibt auch eine normale Welt. Also ich glaube, in den Trailern haben die ja auch die normale Welt gezeigt. Wie gesagt, ich habe mir eigentlich so wenig wie möglich angeguckt. Ein paar Sachen habe ich gesehen. Aber ich glaube, es gab auch eine normale Welt. Eine normale Welt... Ähm... Diese Welt... Ja. Finde ich gut. Ich frage mich halt, ob diese Welt hier quasi nur am Anfang... Aber ich glaube nicht, dass sie nur am Anfang eine Rolle spielt. Oh Gott, was bist du denn? Ew! Oh, oh, es sieht mich. Es ist hässlich, deswegen will ich eigentlich nicht gesehen werden. Nein, äh... Wir packen mal so eine Donnerblume ran. Weil du siehst nämlich exakt danach aus, als hättest du da Bock drauf. Oh, ähm... Moment. Darüber müssen wir nochmal reden. Okay, nochmal. Oh, ja. Oh, Moment. Das ist ja immer noch nicht tot. What the heck? Oh, das ist ein geiler Gegner. Oh Gott. Uh! Schnell mal weg. Ew. Also, ekelhaft ist das viel auf jeden Fall. Ich drücke meinen falschen Knopf. Na komm. Zeig mir dein hässliches... Dings drin. Das erinnert mich hier an einen Film, den ich neulich erst wieder geguckt habe. Ähm... Okay, er will nicht. Er hat Angst. Deswegen... Oh, oh, oh. Äh... Der ist ja richtig stark. Okay. Oh Gott. Oh, 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 oh. Puh. Da habe ich mich dezent erschrocken. Hi, 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 hi. Ähm... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm... Nicht Love, Death and Robots. Das ist ja die Serie, ne? Aber es gibt so einen Film mit Dylan O'Brien. Ähm... Der hatte auch mit so riesigen Monstern zu tun. Opal. Sehr schön. Dankeschön. Und was ist das? Ein Raubschleimstein. Sag das mal dreimal ganz oft hintereinander. Raubschleimschleim. Raubschleimstein. Raubschleimstein. Ein seltsamer runder Stein, der aus dem Körper eines Raubschleims stammt. Diese kristallisierte Flüssigkeit ist dafür bekannt, dass sie sich... dass sie sich aus ihr gut Medizin herstellen lässt. Okay. Nice. Nehmt mich doch sehr, sehr gerne mit. Shit. Shit. Jetzt habe ich aber alle meine Donnerblumen verbraucht, ne? Das war vielleicht auch ein bisschen dumm. Ich hätte mal was anderes. Ich hätte mal vielleicht Feuer oder so entgegenschmeißen sollen. Lohnt es sich da jetzt noch hinzugehen? Für diesen einen Pilz? Für diese zwei Pilze, die da auf mich warten? Ach komm. Wer den Pilz nicht ehrt, ist der Macht nicht wert oder so. Deswegen, wir ehren den Pilz. Ja, okay. Den zweiten Pilz will ich nicht ehren, weil das dauert mir zu lang. Deswegen wacke ich dann mal hier wieder zurück. Gott, bin ich froh, dass du dich da so dran halten kannst, ne? Ich weiß nicht, wie du das machst, Link. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf dich, dass du es machst. Weil bei mir, wenn ich da lang krabbeln müsste, kannst du vergessen, ey. Das wäre so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, dankeschön. Ich hab mich schon sterben sehen, schon wieder. Wobei es ja bisher jetzt keinen krassen Nachteil gab, dass ich gestorben bin. Oh, da hat er seine Stärke bewiesen. So, ich glaub, da oben ist nichts mehr. Da könnte halt theoretisch noch irgendwas sein. Aber das sieht mir aus... Ne, da geh ich jetzt nicht extra hin. Also, ich glaub, jeden kleinsten Fitzichen an Winkel muss ich ja auch nicht erkunden. Ich glaub, sonst werd ich wahnsinnig. Also, ich nehm gern das mit, was ich direkt sehe. Wie zum Beispiel diese beiden Pilze hier. Ach ne, nicht schon wieder. Oh, come on. Was seid ihr denn für Viecher? Oder was bist du denn für ein Vieh? So, ein Flammenschild. Oh! Oh mein Gott, wie geil. Okay. Da hat sie jemand auf jeden Fall gut mit uns gemeint. Das Flammenschild ist ja mega cool. Oh, geil. Ich hab mir jetzt schon wieder voll den Druck gemacht, wie besiege ich den am besten? Wie besiege ich den am besten? Und dann hast du hier einfach so ein mega geil fusioniertes Flammenschild. Und eine doppelte Kiste. Die nehm ich doch gern. Oh, Pahl. Dankeschön. Und hier gibt's noch... Uh, Special Kiste. Flammenwerfer. Ein so nahe Bauteil, dass Flammen nach vorn verschießt. Das wurde ursprünglich für den Schutz von Monstern konzipiert. Und... Ah, ich wollte grad fragen, das war's jetzt hier? Nein. Wir können hier wieder raus. Ähm... Ich glaube aber... Ich brauche wieder... Einmal Chilis, weil ich glaube, es ist hier wieder kalt. Oh, ist das schön. Ist das schön. Da war ich vorhin überall, ne? Das ist so krass. Ich glaube, da war ich auch überall. Da bin ich, glaube ich, gestartet, ne? Und dann da runtergesprungen. Good old times vor... Vier Stunden. Ich finde das so toll hier mit diesen Inseln. Ich finde das richtig schön gemacht. Äh... Dich muss ich mal so erledigen, weil... Sonst machst du mir Aua. Das sieht so schön aus. Boah, ich könnte hier einfach stundenlang stehen, ne? Ich könnte hier stundenlang einfach auch nur stehen und mir das angucken. Ich finde das so bezaubernd. Ich meine, klar. Ich hab schon mal gesagt, grafisch ist das jetzt hier nicht... Da wird das Rad hier jetzt nicht neu erfunden. Das ist nicht der krasseste grafische Shit, den ich je gesehen hab. Aber trotzdem, es passt halt irgendwie. Es ist halt trotzdem einfach irgendwie schön. Das macht mich irgendwie glücklich. Mich macht das echt happy, dass... Für mich... Was ich bisher gesehen hab, Zelda echt schön ist. Mich macht das wirklich glücklich. Weil gerade da hatte ich echt... Irgendwie Angst, dass mir das neue Spiel nicht gefallen wird. Ich meine, es gibt... Sicherlich den ein oder anderen... Ähm... Dem das Spiel nicht gefällt. Was ich auch nachvollziehen kann. Es gibt valide Kritikpunkte, schätze ich. Ähm... Die auch auf jeden Fall zutreffen. Aber... Ist der hier kaputtbar? Nee, der sieht nicht so aus, als wenn man den zerhacken kann. Es gibt auf jeden Fall Kritikpunkte, aber ganz ehrlich... Sollen die Leute doch Spaß im Spiel haben. Ich freu mich auf jeden Fall. Geil. Ich freu mich vor allem auch über die neuen Kräfte. Ich find die cool. Das mit dem Synthetisieren, ey. Das ist so cool, die Idee. So, da liegt noch so ein Baum. Ich nehm ihn mal an. Ich bin mir grad gar nicht sicher, wo wir uns genau befinden. Ah, doch. Okay, ja. Hier kam ich nicht hoch. Alles klar. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier kamen wir ja nicht hoch. Ähm, das liegt ja daran, dass wir diese Eiskluft dort... Dieses Ding da... Da kommen wir ja nicht hochgekrabbelt. Ähm, weil das zu rutschig für uns ist. Deswegen brauch ich es auch erst gar nicht probieren. Die Abendglocke läutet. Zeit zu essen. Äh. Dumme Frage. Von meiner Seite. Wie komm ich denn da dann hoch? Was ist denn das? Moment. Ich bin verwirrt. Was ist das? Komm ich da hochgesprungen? Weil ich bin mir grad gar nicht sicher, wo ich dann hin muss sonst. Was ist die Idee, dass man hier wirklich hoch springt? Nee. Der kann sich an den... Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier... Ich sollte es doch nicht zusammenbasteln zu irgendwas, oder? Aber wie komm ich denn sonst da hoch? Also... Ehrlich? Wie geht denn das? So, wartet. Also wenn wir hier hochlaufen... Ja, aber dann haben wir doch immer noch diese Eiswand, die wir nicht besteigen können. Und da bringen mir doch auch diese Dinger hier nichts, oder? Also selbst wenn ich die zu irgendwas zusammenkombiniere... Und eine andere Fähigkeit kann ich ja jetzt im Moment auch nicht haben. Das heißt... Vielleicht muss ich das schmelzen mit meinem... Das wäre so cool, wenn das gehen würde. Aber leider geht's nicht. Okay. Das heißt, ich muss mal darüber nachdenken. Also da oben warten die Elite-Boys. Und Girls. Äh... Ich hab hier zwei lange... Stämme. Und kann mir theoretisch noch mehr erschaffen. Aber was... Oh. Wait a minute. Wait a minute. Okay, wartet. Ich möchte etwas ausprobieren. Und zwar... Ja, das sieht ja jetzt natürlich blöd aus. Warte. Das sieht jetzt auch nicht... Die Stämme sind halt sehr, sehr ungeeignet für das, was ich vorhabe. Das ist ja doof. Warum sind das so... Katastrophal schiefe Bäume? Wer hat denn diese schiefen Bäume hier in die Gegend gestellt? Weil meine Idee wäre jetzt, und ich finde die Idee ist saukool, dass ich quasi sowas hier erschaffe. Und dann einfach so ein... Meint ihr, das geht? Meint ihr, das geht? Das wäre cool. Ähm... Und dann quasi... So, wartet. Ähm... Und dann sage ich... Ich hole mir... Zwei von den Ventilatoren. So, warte. Warte. So. Und... Ne. Und so. Und dann... Drehe ich das jetzt hier. So. Pack das dann... Hier hin. Stell mich dann... Drauf. Oh, shit. Okay, also so vom Prinzip her... Oh, shit. Ähm... Vom Prinzip her geht das bestimmt, so wie ich mir das hier vorstelle. Ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Also ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. So. Vom Prinzip her. So ein bisschen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Wir gucken einfach mal. In der nächsten Folge. Von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Of the Kingdom. Nicht... From... Tears of the Kingdom. Ich bin immer verwirrt. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ich verabschiede mich und sage... Bye, bye.